Okay. Können wir jetzt nochmal in die Kanalisation? Ja, können wir. Perfekt. So, erstmal nochmal eine Runde pennen, um uns zu heilen. So, na denn. Und dann wollen wir uns hier doch nochmal durchbegeben. Sollte jetzt nicht mehr allzu lange dauern, weil, ja, okay, hier sind halt zwei Gegner bei, die ich nicht einfach so umgegnen kann, äh, drei Gegner, Eigengegnertyp, so. Aber das wird schon, ich mach auch so ganz gut Schaden, von daher passt das. Sollte nicht das größte Problem sein. Ich könnte natürlich im Windseelenstein ein bisschen arbeiten, aber, ne, davon haben wir so wenig. Davon haben wir so wenig, das lassen wir mal. Sollte. 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 Mist. Okay. Danke hier einmal bitte um eine schöne Heilung. Danke. Ja, damit habe ich noch nicht gerechnet. Oh boy. Äh, fangen. 83%. Ja, fangen hier. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Ja. Ich habe mehr Schaden gerucht mit. Schuss? Okay, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Äh. Ja, weiterhin kein Schaden. Mist. Okay. Das war Nummer eins. Ah, noch. Okay. Wenigstens ein bisschen was an Schaden gedrückt. Nicht viel, aber es hat gereicht. Heilige. Das war nicht gut. So. So. Dann. So mal ein bisschen hochheilen. Und weiter geht's. So. Gut. 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 Oh boy. Oh boy. No you don't. Okay, komm. Du verteidigst dich mal. Ja, komm. aber auch wenn man dann noch mal aufhören was ist es denn? was ist das? was ist das? was ist das? ich bin nicht schon mal was ist das? das war das? was ist das? ich bin nicht schon mal Ja, man sieht es bestimmt. Euch auch einen schönen Abend. Ciao. Und NikoYumi, vielen, vielen Dank für den Host. Warum sehe ich das nur im Chat? Und warum wird das die Welt nicht angezeigt? Schweinerei. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank für den Host. So. Gucken wir doch mal. Okay. Jetzt noch einen gelben Bereich. Da kann man noch was machen. Ach, Mist. Den ganzen Verschliffen. Äh, ist ja ekelhaft. Ist ja auch ekelhaft, jo. Mensch. So, Linke fegt hier einmal durch. Was ist der logische Kurs in Action? Und... Komm, ein Blitzschlag sollte reichen. Ja, okay. Ich will halt, wie gesagt, nicht zu viel Schaden auf Salamander draufhauen. Ich will ihn nicht versehentlich kehlen, bis welcher fangen kann. Dankeschön. Denn der ist ordentlich stark. Hat nen Blendangriff. Ist ne coole Sache. Yay. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ähm. Wir müssen doch irgendwie einen Weg da rüber geben. Oh. 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 Ich bin ein wenig irritiert. Ihnen ein wenig stress. Ich bin ein wenig irritiert. Und ich hätte vielleicht heilen sollen Ähm, kommt mir gerade noch so in den Sinn Aber hey Wird schon, irgendwie Äh, erstmal Lumineszenz Um den Break gegen den Salamander zu kriegen Okay, ich hab gehofft, dass das passiert Ähm Und meine Hoffnung Hat sich gewahrheitet Mein Wunsch wurde erfüllt Das ist immer gut So Ich kann euch einmal verschatten Das ist aber nicht so viel Naja Egal Denk ich mal Ich denke mal Das ist jetzt relativ wurscht Gerade So Therion wird mir schon mal nicht mit platzen Dafür Ophelia Und Hanit Okay Das ist aber kein Problem Denn Wir können sie beide wiederbeleben Steht mal wieder auf So Ich stört nur gerade sehr Dass die Ähm So schnell wieder dran sind Also sobald wieder dran sind So Ich habe gehofft, dass der auf Hanit gehen würde Natürlich nicht Warum auch Äh Quatsch auf Cyrus oder Therion Aber warum auch Warum sollten die Gegner auch nett sein Naja So Natürlich Ach ihr seid doch alle doof Oh die Gegner Hier Ein Olivchen So Okay Kein Ding Äh So Schmiesturm Egal was Weil Sterben Meine Fresse So Okay Sehr gut Sehr gut Hä Wie soll ich da rankommen Ich verstehe es gerade nicht Ich sehe hier keinen Weg dorthin Aber jetzt finde ich hier aus noch irgendwie Geheime Weg Sieht mir aber nicht so aus Hm Ha Luminiszenz Out of my way Äh Ja komm Kümmern wir uns erstmal drum Dass wir hier keinen Schaden kriegen So Und dann kann Olle Cyrus Immer noch Mit einem Schlächturm Gehen Damit wir dort auch Keinen Schaden kriegen Ganz einfaches Prinzip Mächtiger Deutlich stärker Ja und dann will ich den da auf jeden Fall haben Lass du Bescheid Lendel Feger Okay Gut Muss ich nur aufpassen Nicht dass ich den nicht versehentlich kille Ha Eiswind So Okay Was Was Okay War nicht so leicht das Viech zu fangen Aber Wir haben es geschafft So Okay Na bitte Mehr Level Ups Und jetzt bin ich tatsächlich Zumindest mit dieser Gruppe Überlevelt Für Alle weiteren Kapitel 2 Ähm Kämpfe Hier hinten Wow Okay Das hatte ich So halt echt nicht gesehen Naja I've got better things to do I've got better things to do Ja ist ja schön für dich Äh Was machen wir Machen wir ein Laubfeuer Ja komm Ja Grüß mal Nicht schön Nicht schön aber Was will man machen So Hier ein bisschen Ordentlich mit Flächenschaden Na Komm schon So Dann holen wir da mal mit rauf Haben halt gerade eh nichts Bessiges zu tun Von daher Was soll's So Ähm Jo Bringt halt nicht so viel Aber immerhin bisschen was Weil es eigentlich die Verschwendung war Weil Ne Jetzt ist ewig Äh Ich hätte doch ein Spell Daraus holen sollen Naja So Okay Was haben wir hier Liebhafter Ring Okay So Gucken wir doch mal Tempo plus 20 Ah Das wäre auf jeden Fall Was für Den guten Parion Ähm Bye Hm Ich glaube es machen wir so Ähm Okay Hier haben wir die Mit Schutz von Bewusstlosigkeit Jo Ja warum nicht Und hier Hm Machen wir mal Das Blitzamulett mit Weil Ich sonst nicht wüsste Was sonst Okay So 256 Elementarangriff Cyrus du bist So ein bisschen OP Was das angeht Aber Aber hey Mach dir nix draus Ne Wahrscheinlich kann ich von hier aus Nicht schnell reisen Oder Doch Doch kann ich Rauf Perfekt Perfekt Dann würde ich sagen Gehen wir als nächstes Richtung Äh Hier Richtung Heiligenbrück Ähm Jetzt die Frage Kommen wir von Klarach Oder von Sonnenschutz Schneller hin Keine Ahnung Gehen wir mal nach Klarach Und schauen uns das an Das ganze So Erstmal Ähm Erstmal Leuchtet da was Granatapfel Okay Nehmen wir So Haben wir hier noch Irgendwas Was man Nutzen kann Was mich Irgendwo Verbessern würde Nö Okay Aber ich werde hier noch Ne Oliven Nehmen Äh Yo Yo Ich denke Das passt So Ich denke Das passt So Okay Na denn Auf in Richtung Der nächsten Stadt Des nächsten Ortes Wie auch immer Wahrscheinlich Ist das dann Hier Im Süden Irgendwo Schon wieder Ein toller Fangen Jetzt zum Bersten Voll mit Plundern Habe ich Ob ich zu viele Fange gefragt Ja Pah Wo die herkommen Gibt es noch Jede menge Davon Okay Okay Du hast ja eigentlich so ein Zeug Was man Sich gerne mal mitnehmen kann Das ist ja eigentlich so ein Zeug